Ich bin gegen TTIP. Warum bin ich gegen TTIP? TTIP ist zutiefst undemokratisch. Warum? Eine Demokratie wird dadurch definiert, dass das Volk die Macht hat. Was jedoch versucht TTIP zu erreichen? Und ich rede jetzt nicht von dem zutiefst undemokratischen Verfahren, mit dem TTIP derzeit in Europa und Amerika durchgeführt werden soll, sondern ich rede allein von den Auswirkungen. Demokratie geht also vom Volk aus. Was jedoch sind die Grundlagen von TTIP? Die Grundforderung oder die Grundlage von TTIP sind es, Investoren und Firmen vor dem angeblich willkürlichen Zugriff von Staaten, also von dem Willen des Bürgers zu schützen. Das heißt, diese Konzerne und die Firmen haben laut TTIP die Möglichkeit, den Willen des Bürgers außer Kraft zu setzen. Sie stehen über dem Bürger und über dem Gesetz und verhandeln ihre Streitigkeit zwischen dem Staat, wobei der Staat nicht vom Bürger definiert wird, sondern von Politikern, die zumindest in der BRD schon lange keinerlei Bezug mehr haben zum Bürger, sondern sich nur alle vier Jahre bestätigen lassen. Diese Konzerne bestimmen also das Wohl und Wehe der Staaten und nicht mehr der Bürger. Von daher ist TTIP zutiefst undemokratisch, weil der Willen des Bürgers außer Kraft gesetzt wird. Vom Verfahren wollen wir gar nicht reden, bei dem ein Herr Sigmar Gabriel Deutschland und die Deutschen als reich und hysterisch bezeichnet, um sich anschließend lächerlich zu machen, indem er sagt, das wird doch nicht in den Medien veröffentlicht. Meine Forderung wäre also an der Stelle jeden Politiker, der auch nur andeutungsweise TTIP unterstützt oder fordert, auf seine demokratische Gesinnung hin zu überprüfen, um nicht zu sagen, ihn vor Gericht zu zerren und ihn zu verklagen gegen die Demokratie und die Grundlagen eines demokratischen Staates zu verstoßen. In Deutschland wäre das das Grundgesetz. Herr Sigmar Gabriel, ich wäre, wenn ich die Möglichkeit hätte, der Erste, der Sie vor Gericht zerren würde und mit Ihnen Ihre Kanzlerin oder besser gesagt unsere Kanzleiserin, die ja dieses absolut undemokratische Verfahren sogar noch beschleunigen will. Bei der Kanzlerin muss man noch mal ein Auge zudrücken, denn man weiß ja, aus welchem System sie kommt. Das heißt, sie kennt gar keine anderen Verfahren. Aber Sie, Herr Gabriel, sind in einer Demokratie geboren und aufgewachsen. Sie sollten zumindest im Ansatz wissen, was Demokratie ist. schönen guten Abend.